Er raus für ein Tier gehen, hilft sich als Familie, um Gefahren für zu beraten, also zu den Risiken bewusst zu gehen. Da können uns Kinder auch ein langes Neues erleben. Wenn ihr so gut ihn auch viel sucht, müsst ihr sich als Älteren immer noch Gedanken und nicht, dass ihr berauscht, wenn Kinder ihr daheim sind. Mit dem Internet beginnen wir neue Gefahren an unseren eigenen Feiern. Auch heute haben die Mäschlisch-Käte für die Risiken und Gefahren bei der Benutzung von den Geräten zu verringern. Dank der Geräte kann man gerecht anzustellen.